... deswegen am Blatt da stehen. ... dass sich jetzt den zweiten Tag auf der Mitte weltweit gezeigt wird. Und nicht nur die größte ist die große Situation an Metern, sondern mit Sicherheit auch an dem, was Sie gerade haben, Herr Bobbeck. Vielen Dank. Sie sehen hier die Vorführung eines Montageprozesses von kleinen Modulen. Kleine Modulen heißen etwa 90 x 160 cm. Von der Firma Galaxy, unser Partner, auf diesem Stand. Diese Module werden aus dem Magazin entnommen, werden dann zur Aufständung transportiert. Kurz vor Ablegen in die Montageposition, wird die Unterkonstruktion vermessen, um genau die Montagebude zu bestimmen. Und dann erfolgt die Montage, sprich Positionierung, etwa auf 1 mm genau. Vielen Dank. Die Momo, so nennen wir diesen Roboter, das steht für Mobiler Montageroboter, kann mehr als das, was Sie hier sehen, um allem kann sie es auch schneller. Sie kann es auch nicht so schnell, da kann man nicht so richtig. Aber sie kann eben noch weiteres. Dazu geht, Herr Bobbeck, Ihnen einiges erzählen. Sie sehen hinten auf der mittleren Säule Momo Universal. Da sehen Sie ein Basissystem, das sei Ketten- oder Radfahrzeug mit einem Roboter und der dazugehörigen Unterteuerung und der Bilddatenverarbeitung. Sie sehen Momo eingesetzt für die Reinigung von PV-Parks. und Sie sehen Momo zur Bereitstellung von RAM-Kosten für RAM-Maschinen. Wo ist da ein Roboter, der erstmal eben so aussieht, als wenn er alles komplett alleine kann? Wie sieht das aus mit dem Personal, das man hier verbraucht? Sie brauchen nur eine Person, und zwar die Person, die das Rägerfahrzeug fährt. Aber diese Person muss hochqualifiziert sein, und zwar dahingehend, dass diese Person, dieser Operator, praktisch den Roboter kennt, den Roboter programmieren kann, und bei Störungen insoweit eingreifen, dass er eine Fehlerdiknotik-Diagnose machen kann, und auch den möglichen Fehler beseitigen kann. Von der Ausbildung her ein Maschinenbautechniker, ein Megatoniker oder ein erfahrener CNC-Verarbeiter. Diese Einbewahrung sozusagen spart natürlich nicht nur Personal, sondern es ist auch eine Frage der Sicherheit, und hier beschreitet Momo sicherlich auch Neuland, was einfach eben dieses, ja, die Sicherheit am Beidenbau von Solarparks eben betrifft. Dazu vielleicht, Herr Bockmann, einmal, was tut Momo für die Sicherheit der Mitarbeiter? Momo ist insofern relativ sicher, dass er nur ein Mitarbeiter eingesetzt wird, nämlich der Fahrer, der sich in der Fahrerkabine befindet, und die Sicherheit bei der Montage bezüglich Beschädigung in den Modulen ist praktisch auch Null. Sie haben bei der Montage von diesen großen Modulen 6 Quadratmeter, 140 Kilogramm, haben Sie eine Ausschussrate, bei der manuellen Montage von 6 Prozent, bei der Montage mit dem Roboter sind es absolut Nullprozent, und das heißt, er ist sie auch ein Neuflöser. Kommen wir nochmal zurück auf das, was Momo so kann, und zwar sehen wir ja hier gerade die Montage von Modulen, und wir haben auch gerade schon gehört, Momo kann auch mehr, wie Sie hier vorne eben an der lechten Seite sehen. Wichtig ist allerdings auch, dass Momo vor allem zu verschiedensten Witterungsbedingungen verschiedensten Zeiten arbeiten. Dazu kann uns Herr Brotberg sicherlich auch mehr erzählen. Wir haben bei der Entwicklung den Anspruch gestellt, dass Momo vollautomatisch dasselbe kann, was die Mitarbeiter heute manuell machen. Das heißt, die Montage von Solarparks von minus 20, das ist schon manuell fast die Grenze, aber einer minus 10 Grad bis plus 50 Grad, vollautomatisch blockieren, und zwar wird der Roboter geschützt gegen Regen, gegen Schnee, gegen Schmutz, durch einen Ansuch, der für Momo maßgeschreitter hergestellt wurde, den wir aber heute entfernt haben, dass wir den Roboter besser sehen. Darüber hinaus sind die Kameras so, dass sie bei jedem Wetter einsatztauglich sind, und dass wir nicht mit sichtbarem Licht arbeiten, dass auch im Wechsel, die hellfeinde Sonne, Wolken, dann Dunkelheit, Lämmerung, deswegen beleuchten wir den Montageplatz oder die zu messende Position mit der mit Infrarotbeleuchtung, und zwar mit einer gepulsten Infrarotbeleuchtung, und die Kamera ist synchronisiert mit dieser Infrarotbeleuchtung. Vielen Dank, Herr Montbeck. Ich habe gelesen, dass sich diese Ruhe und Grundab-Solaranlagen von 5 Megawatt, was heißt denn genau tun? Wie kann man das auswirken, was wie effektiv, wie effizient denn so eine Möwe kommt? Lohnen heißt, dass sie so verhebliche Kosteneinsparungen haben, dass sich die hohe Investition, also etwa 6.000 bis 7.000 Euro, in kürzester Zeit automatisiert, wenn sie jetzt als Beispiel so ein großes Modul nehmen und die Personaleinsparungen weiterentwickeln und die frühere Zeit, in der auch geschlossen werden kann, reihen sie hier eine Amortisationszeit von dieser Investition von ca. einem kleinen Jahr. Kann man das auch noch mal so pro Tag unterbrechen? Also wie viel die Maschine schafft an PV-Modulen? Pro Tag? Also ein Stück zu allem kann man nennen, etwa das bei diesen kleinen Pfeifen, mit kleinen Modulen, pro Tag, das heißt in 8 Stunden pro Schicht, 1000 Module montiert, in zwei Schichten wären das 2000 kleine Module. Wenn wir Doppelgreifer verwenden, das heißt, zwei Module werden drehezeitig verlegt, dann erreicht man noch mal das Doppelte. Und selbst diese großen, schweren, zerbrechlichen Module, da wird pro Tag 500 Module montiert, pro Schicht also 500 Module installiert. Vielen Dank. Ich denke, das gibt uns erst mal so eine Idee davon, wie viel Momo kann. Wichtig ist auch noch mal hinzuzufügen, wer an dieser Innovation dieser Maschine, dieser Entwicklung dieser Maschine beteiligt war, außer natürlich unserem Experten, Herrn Raufweck. Hier kommen wir einmal in China-Maschinenbau zusammen, Herr Fahluf. Wollen Sie kurz einmal erst etwas sagen? Ja, gerne. Peter Führend ist die Firma Kider Maschinenbau, ein Hersteller von automatischen Maschinen für die Montage in der Automobilindustrie. Dann die Firma Fahluf, mit der wir, von der wir den Roboter gezogen haben. Mit der Firma Fahluf haben wir in der Entwicklung auch gemeinsam gearbeitet. Dann hat er noch die Firma IEM, das ist ein Spezialist für diese Infrarot-Beneutung, für die Kameras beziehungsweise Bilddatenverarbeitung und nicht zuletzt die Firma PV Kraftwerker, eins der Fahnen in Schalteur von PV Kraftwerker, deren Know-how in die Entwicklung wieder eingeklossen ist. Vielen Dank. Die Frau Kraftwerker gibt mir das Stichwort, Sie einmal hier hinweisen zu lassen. Zu meiner rechten Hand finden Sie einen Screen montiert. Hier sehen Sie live den Aufbau eines Solarparks durch TV Kraftwerker. Wir haben hier eine D-Megawatt-Anlage. Ein deutscher ist sie leicht glücklich. Deswegen ist es auch hier eben von 40 Personen durchgesührt. Und wenn Sie mal um drei Uhr auf die Uhr kommen, dann sehen Sie auch, was sich dann schon in der Zeit getan hat. Denn wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie so die kleinen Gaswagnen am Faden oder auch sehen auch die Herzprobleme da nicht mehr. Also kommen Sie gerne nochmal später wieder. Hier sehen Sie ganz gut, wie leistungsfähig PV Kraftwerker ist. Was bietet denn PV Kraftwerker weiterhin noch an, außer das, was wir jetzt hier gerade sehen können? PV Kraftwerker tritt auf als Generalunternehmer für die Planung und Erstellung von Fotogonerei Kraftwerker von Aarports und auch Fotogonerei Grandantragen für Kraftwerker. Die Firma PV Kraftwerker bietet an, die Leistungen von der Planung über die Bodenaufbereitung und das Rahmen Gestellmarkage, Modulmarkage, Elektrifizierung bis zur Übergabe und den Erkamen mit den Kunden. Vielen Dank, Herr Probleck. Ich würde sagen, wir kommen damit zum Schluss. Wir sollten noch mal darauf hinweisen, dass das, was Sie hier hinterher sehen, wirklich den zweiten Tag überhaupt weltweit anzuschauen ist. Das ist also wirklich eine Innovation über die V-Bereiche und wie Sie gerade auch gehört haben, die Zahlen sprechen einfach für sich, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Schauen Sie sich gerne das noch mal in Ruhe an. Unser Experte, Herr Probleck, steht in Aufklärung weiter, geht es schon jetzt zur Verfügung und da wünsche und da wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg auf der Wettbewerbe. Vielleicht noch ein Hinweis nach dem Buch, Sie haben schon gesehen, wir haben auf dem Stand hier weitere Namen aus dem Stand PV Kraftwerker, China Maschinenbau, IEM und Faruk, und zwar Galaxy, ein Hersteller von PV-Modulen. Da bleibt noch zu erwähnen, das passen alle PV-Module auf Lemumo, da sind also auch Galaxy. Schauen Sie gerne vorbei, es war auch eine halbe Stunde, für die Leute eine Präsentation gestaltet. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie hält man das Ding jetzt an? Der zählt ja immer noch runter, wie hält man den denn jetzt an? Was hält der da? Man macht den gleich aus. Was macht der? Nee, dann ist ja alles weg. IEM! Die hältst du den jetzt an? Der zählt immer noch runter. Ich glaube, die Antwort wurde nicht klar. Einfach